Hallo liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Zur Replay-Ausgabe in dieser Woche, wir sehen Tombolino im Rheinmetall-Borsig-Waffenträger, dem Tier-8-Jagdpanzer oder einem der Tier-8-Jagdpanzer bei den Deutschen. Wir sind heute eh wieder sehr deutschlastig, würde ich sagen. In der zweiten Runde habe ich einen Tiger P für euch mitgebracht. Aber wir bleiben erstmal hier beim Kollegen. Eine 12-8-Kolle hat er hier verbaut. Theoretisch wäre auch noch eine 15-Zentimeter-Kanone möglich. Ja, das Rohr funktioniert. Wir haben Standard-AP mit 246 Durchschlag, Premium-AP-CR mit 311, Alpha-94. Das kommt uns allen sehr bekannt vor. Das ist halt diese typische 12-8er bei den Deutschen, die L-55. Wir haben 65 Pen auf der HE bei 630 Alpha. 0,35 Genauigkeit, 2,3 Sekunden Einziehezeit, 11,5 Sekunden Nachleutezeit. Gun Depression nicht überragend beim Borsig. Wir haben einen sehr guten Tarnwert, mäßige Sichtweite. Und man kann schon sagen, mit der geringen oder eingeschränkten Mobilität ein ganz klassischer Sniper-Jagdpanzer, der hier erstmal den ersten Schuss auf den Gegner versemmelt. Und er ist hier auf eine sehr, sehr klassische Position gefahren. Wobei man hier echt aufpassen muss, selbst mit einem guten Tarnwert geht man hier dann doch schon mal auf beim Schießen. Aber gut, wenn man 490 in den Gegner reingebatzt hat, dann kann man danach auch erstmal in den Reload fahren und sich hinterm Stein verstecken. So, und ich bin gespannt, was er uns hier zeigen wird. Ich mach die Mini-Map noch ein bisschen größer. Wir sind hier auf Flugplatz. Ein T8-Only-Gefecht. Flugplatzjahr mit der Überarbeitung. Eine Karte, die... Na, Blindschuss? Nee. Wie soll ich sagen? Mir gefällt sie nicht mehr so sehr wie vorher. Es sind einfach... Die Heavy Lane ist einfach zu... Wie soll ich sagen? Also die Heavy Lane, die Überarbeitung, dass die notwendig war, oder ein bisschen Abwechslung reinzubringen, kann ich schon verstehen. Aber das, was sie jetzt daraus gemacht haben, ist im Grunde noch ein viel größeres Campfest. Einzig der Artie haben sie ihren Gefallen... Oder keinen Gefallen getan, beziehungsweise den Artie-Kritikern. Dass die Karte im Grunde als Artillerie, ähm... Ja, nicht mehr so gut spielbar ist. Gut, wir haben hier einen Schuss auf das 703 gesehen. Der hat einen schönen Highroll gemacht. Dort den TS54. Der macht keinen Highroll, geht aber in die Kette. Macht das Kettenrad kaputt. Dementsprechend mit zwei Schüssen hier über 1000 Damage. Und so wie es aussieht. Jawoll! Nochmal ein zweiter Schuss rein. Diesmal gibt es einen schönen Highroll. 553. Und ich glaube, der TS54 wird sich gut überlegen, was er da jetzt macht. Wir sehen da Artie-Schüsse, ja. Man kann sich so mit der Artillerie hinstellen, dass man da reinwirken kann. Ich finde es irgendwie trotzdem nicht geil. So. Da, der M2. Er kriegt auch einen schönen Highroll in die Seite gebatzt. Setzt hier den Blindschuss rein. Wir sehen schon, dass Tombolino hier nicht aufgeht. Also der Tarnwert des Borsigs ist da ausreichend. Jedenfalls gegen die Gegner, gegen die er da gerade antreten muss. Und der Burask schiebt sich da ein Stück weiter vor. Aber steht hier noch im Stein. Da kommt er nicht ran. Und wenn der Burask jetzt nicht irgendwie einen krassen Fehler macht, dann wird er auch in den nächsten Minuten an den nicht rankommen. Und das ist schon eine Position, in der der Burask steht, die durchaus nervig für die Heavis sein kann. Und eigentlich hätte man sich gedacht, dass da auch einer aus dem eigenen Team hinfährt. Das Problem ist... Oh, erstmal hier. Killshot. Das Problem ist, dass keiner... Dass kein Fahrzeug im Team ist, der die Aufgabe umnehmen kann. Der Burask ist hier gegen... Oh, aber jetzt. Tschüss. Nice. Der Burask ist hier gegen den Ploschetto gebalanced. Und der Ploschetto kann einfach die Aufgabe dort nicht übernehmen. Das funktioniert nicht so. Hallo, lieber Hotchkiss. Wenn der Hotchkiss da noch war, dann hat die Granate auf jeden Fall getroffen. Wir sind bei 2300 Schadenspunkten. Aber wie gesagt, mittlerweile auch ein Blindschuss mindestens dabei. Die Arti schießt auf den Burask. Er hat jetzt hier kein Scherenfernrohr mit dabei. Dementsprechend wird er den Burask, selbst wenn er da aus der Deckung rausfährt, nicht spotten können. Das wird nicht funktionieren. Da ist der Hotchkiss, der hat auf jeden Fall eine verpellt bekommen. Na, mein Freund, komm nochmal. Wir haben noch eine schöne Granate, um dich da zurück in die Garage zu schicken. Na, 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 komm, 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 komm. Oder vielleicht jetzt. Nein, doch nicht. Na, 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 na ja, gut, er weiß natürlich genau, dass er den Fehler nicht machen darf. Ah, der Burask gleich? Ne, auch nicht. Ja, aber okay. Gut, das war jetzt. Also, darauf hat natürlich Pompolino hier drauf gewartet. Aber vom Hotchkiss war das jetzt nicht super optimal gespielt. aber was soll's. So, was haben wir da noch? Wir haben noch ein IS-22. Oh, der Burask ist da. Oh, der Burask ist da. Snapshot. Jawohl, und 576 in den Burask reingebatzt, aber der spottet ihn jetzt auch. Also wir sehen hier schon, wenn da Fahrzeuge stehen, die ein bisschen Sichtweite haben, dann können die hier oben in diese Position rein spotten, selbst wenn hier ein Borsig steht mit einem recht guten Tarnwert und das ist natürlich gefährlich, aber der Burask weiß natürlich auch, dass er jetzt in der Garage zurück ist. Dementsprechend, was macht die Artillerie denn da? Sterben, die hat keinen Bock mehr. Es steht 9 zu 7. Fährt er jetzt hier runter? Oh. Oh. Äh. Eieiei. Okay, das Fazit ist, man kommt da runter, aber man muss schon vorsichtig sein. Wir haben noch irgendwo einen Jagdpanther und noch eine zweite GW-Panther, die nicht offen war. Ansonsten waren alle Fahrzeuge gespottet. Da oben soll wohl noch was stehen. Da wird hingepingt, aber so richtig kann ich mir das nicht vorstellen. Da ist der gegnerische Prochetto. Der P43-Tern ist auf der Halbinsel das letzte Mal gespottet gewesen. Ich vermute den Jagdpanther, dort wo gerade hingepingt wird, auf D2. Und da ist die... Was machen denn die Artis in dieser Runde? Eieieiei. Und jetzt sehen wir aber auch das Problem... Ja, schöner Kill, schöner Snapshot. Wir sehen so ein bisschen das Problem, was der Borsig hat. Er ist halt nicht der mobilste. Wir haben hier, ich muss mal kurz drauf gucken, ein Topspeed von 35 und mit der Kanone hier ein Leistungsgewicht von 11,55 PS pro Tonne. Ja, also was soll ich sagen? Das ist überschaubar. Das heißt, man muss gut vorplanen, man muss die Runde gut im Blick haben, um zu wissen, ja, jetzt kann ich, jetzt sollte ich, jetzt müsste ich mal mich in Bewegung setzen, um entweder am Leben zu bleiben oder vielleicht aus der Runde noch was rausholen zu können. So, hallo 703. Das ist natürlich jetzt gefährlich, weil, wenn er es in den Doppelschutz setzen kann. Da kommt von hinten der Jagdpanther. Ja, haben wir gesehen, den Schuss. So, nachladen, 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 den Schuss vom Jagdpanther in Kauf nehmen und das 703 wegnehmen. Er guckt, der Jagdpanther steht da. Der steht auf, ist das B4? Ne, B3. Da steht der Jagdpanther. Und wir sehen halt, hier ohne Scherdenfernrohr, hm, wird das halt nichts. Er geht hier auch auf. Dafür reicht der Tarnwärter nicht. Und er versucht, sich jetzt entscheiden, ein bisschen näher an den Jagdpanther ranzuarbeiten, um ihm im Zweifelsfall zu spotten. Der Jagdpanther hat einen 308er Roll gemacht. Jetzt HE verschießt, also kommt er nicht durch. Es ist ein bisschen schwer zu sagen, ob er die 8,8er oder die 10,5er drauf hat, der Jagdpanther. Weil mit der 8,8er könntest du auch einen 308er Roll machen. Und zwar mit sehr viel Glück. Das ist die 10,5er. Aber da geht er raus. 5.493 Schadenspunkte und 5 Kills. Für den 6. Kill hat es am Ende leider nicht mehr gereicht. Mit dieser schönen klassischen Runde im Rheinmetall-Borsig bekommt Tombolino hier das Panzerass und das Großkaliber. Sehr schön gespielt. Klassisch als Jagdpanzer natürlich, aber auch schöne Schüsse angesetzt. Und man muss auch fairerweise sagen, die Kanone war hier und da schon auf deiner Seite. Mit dem Blindschuss sind es fast 6.000 Schadenspunkte. 5.938 Damage, 5 Kills, 1.335 Basis. Das ist ziemlich nice. Kein Spotting. Aber wir sehen schon, trotz dieses sehr viel gesniperten Damages, der dann auch zum Teil vermutlich nicht selbst gespottet war, reicht es hier von den Erfahrungspunkten für das Panzerass. Tagessieg 4.006 Erfahrungspunkte und 36.150 Credits aus der Runde rausbekommen. Ich glaube, viel mehr kann man von dem Borsig nicht erwarten. Sehr, sehr schöne Runde. Es geht weiter in der zweiten Runde. Ich habe gesagt, wir bleiben bei deutschen Fahrzeugen. Wir sehen Kadhafi in seinem Tiger P in einer Low-Tier-Runde auf Ensk. Ich bin gespannt, wann die Überarbeitung von Ensk kommt. Die ist ja aktuell im Supertest. Ich hoffe, die sehen wir dieses Jahr noch. Wir haben hier ein Tiger P, ein deutsches Fahrzeug, was am Ende so nie das Gefechtsfeld gesehen hat. Sondern es wurde sich am Ende für den Tiger 1 entschieden. Also nicht den Porsche-Tiger eben. Wir haben hier eine 8.8er drauf, die im Spiel ja auch eigentlich beim Tiger 1 ist. Allerdings, der Tiger 1 hat dann einen Buff auf der Kanone bekommen. Der hier nicht. Ich sehe trotzdem eigentlich, dass der Tiger P auch Hallo? Das ist ein Haus. Dass der Tiger P eigentlich auch diesen Buff bekommen sollte. Aber er hat ja glaube ich jetzt einen Panzerungs-Buff oder so bekommen. Sei es drum. 203 Millimeter auf der Standard-AP. 237 auf der Premium-AP-CR. 44 Pen auf der HE. Regulär 240 Alpha. 295 auf der HE. Wir haben eine 0,34 Genauigkeit bei 2,9 Sekunden Einzelzeit und 7,7 Sekunden Nachladezeit. Das ist in Ordnung für den Heavy. Der Alpha ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht mehr ganz zeitgemäß. 35 Grad Top-Speed, 12 rückwärts, 11,55 PS pro Tonne Leistungsgewicht. Wir haben 6 Grad Gun Depression und 380 Meter Sichtweite. gute 1500 Hitpoints und eine Panzerung, die auf der... Wow, was für ein Snapshot. Die auf der gleichen Tierstufe durchaus was abprallen kann. Aber meiner Meinung nach ist die Panzerung schon auf... gegen Tierachter kaum noch was wert. Ähm... Von daher bin ich eher Fan des Tiger 1. Schon immer gewesen. Der Panther ist auf HE. Das finde ich witzig. Da kommt der... Was zur Hölle? Okay, der M4 bounced auch. Ähm... Interessant. Ja gut, warum nicht? Dann lässt man hier erstmal so ein bisschen was bouncen. Da fliegt ein Munitionslager durch die Gegend, wenn ich das richtig gesehen habe. Und jetzt ist im Grunde so, wer als erster zuckt, verliert. Ja, da der M4 zuckt, kriegt da eine reingesetzt, kommt hier wieder nicht durch. Obwohl er APCR schießt. Ja, der KV-5 kommt dann durch. Da kommt wieder der M4. Der kommt diesmal durch. Und jetzt sind wir schon fast die halben Lebenspunkte los, obwohl Kadhafi hier mit einer Verhärtung fährt, so wie es aussieht. Ähm... 700 Damage gemacht, 1000 Gebounce, 150 Support. Und jetzt heißt es eigentlich so ein bisschen sich zusammenzureißen. Rechts T29 könnte jetzt gefährlich werden. Hat er, glaube ich, noch nicht gesehen. Auf der... auf der Minimap. Er kriegt auch auf den Convain-Spotting, der da auch durchgefahren ist. Jetzt hat er mitgekriegt, dass der T29 da ist. Und die Kanone? Ja, warum nicht? Also die arbeitet hier sehr, sehr für ihn. Aber der T29 ist natürlich ein Problem. Und wenn der Convai auch wieder ein Stück zurückfahren würde... Was? Zurückfahren würde, dann wäre der Convai auch durchaus ein Problem. So, jetzt muss er aber erstmal gucken, dass er sich hier in eine bessere Position bringt. Das Problem ist natürlich auch, er ist hier durch diese engen Häuser, Gassen immer sehr schnell Proxy auf Ensk. Da muss er natürlich ein bisschen aufpassen. Das ist natürlich kritisch. Und dementsprechend ist da auch ein Überraschungsmanöver nicht ganz so einfach möglich. Der Komet versucht es jetzt. Das Ding ist halt, der KV-5 ist halt mit so viel Hit-Points gesegnet, dass der, ja, der Komet da halt einmal Pui machen kann. Und der KV-5 sagt, boah! Und das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt auch die beste Position für den Kometen. Aber, ja, Ensk als Low-Tier-Siebener gegen Neuner. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. So, der Panther ist ein One-Shot. Die Frage ist, was macht der KV-5? Und Kadhafi lädt jetzt hier auf die Premium. Der KV-5 ist da. Sieht die Kette von Kadhafi. Und, äh, gut. Macht's aber auch echt schlecht, der KV-5. Das ist jetzt schon, da muss man sagen, das ist KV-5. Vielen Dank für deine Hit-Points. Ähm, wir sehen uns halt irgendwann in der nächsten Runde wieder. Und, ähm, oh. Also, gut, der KV-5... Also, der KV-5 hat anscheinend nicht viel Ahnung. Er schießt halt immer wieder in die Seite. Er zieht ihm zwar die Kette, aber er macht halt keinen Schaden dabei. Und eigentlich kann das Kadhafi scheißegal sein. Er kriegt kein Damage. Er muss halt jetzt schnell den KV-5 wegfarmen. So, tschüss. Und jetzt nach rechts der M4 sind... Ja, okay. Hat sich erledigt. Der M4 ist wieder da. Allerdings kommt jetzt noch ein Tiger-1 als, ähm, Hilfe von hinten. Der Panther war auf HE. Jetzt ist er auf der regulären, ähm, Granate. Macht ihm Damage. Aber das war jetzt wichtig, den Panther da rauszukriegen. Und jetzt, wenn der Tiger das Ablenkungsmanöver gut spielt, ja, tut er. Er macht sogar den Kill. Dann haben sie die Seite hier erst mal relativ gut aufgeräumt. Er hat zwei Kills. Er hat 1900 Schaden gebounced. Und er ist bei 2289 Schadenspunkte. Also hat er hier gut gelöst. Obwohl er nach den ersten Schüssen so ein bisschen übermütig war hier, Kadhafi. Und sich da... Oder was heißt übermütig? Er hat auch vielleicht ein bisschen Pech gehabt einfach. Oder Glück mit den ersten Schüssen, je nachdem. Aber er war dann relativ schnell, ähm, mit wenig Hitpoints oder nur noch den halben Hitpoints gesegnet. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Ich glaub, der M6, das ist jetzt der 9er, der weiß nicht, dass er jetzt hier von hinten gleich ankommt. Der lädt jetzt wieder die Guten. Ja, lang... Ja, hallo. Jo, der bounced. Genau. Moin. Jetzt ist er ein One-Shot. Warte, da hinten ist ja irgendwo eine Artillerie. Die ist aber erst mal egal. Der Jagdpander deckt da jetzt seine Rückseite. So, die Frage ist, was macht er jetzt? Er fängt sich den Schuss. Okay, interessant. Kadhafi entscheidet sich dafür, bewusst den Schuss zu fangen. Beim Stand von 11 oder von 13 zu 11 ist es hier im Grunde so eine Entscheidung... Ich mein, gut, das ist bloß noch der T29 und die Arti, aber das ist eben so eine Entscheidung, die Runde hier quasi, ähm, sicher zu machen. Denn wenn da noch so ein 9er am Leben ist, dann ist der natürlich unangenehm. Der kann halt gefährlich werden. Und Kadhafi wusste einfach, okay, ich hab noch genug Lebenspunkte. Ich kann mal den Schuss fangen. Da ist die Artillerie. Er lehntet sogar noch mal auf HE um, um der GW-Panda da in den Aufbau zu schießen. Ja, es sind trotzdem nur 243 Schadenspunkte. Er macht den Kill Nummer 5 auch hier. 3354 Schadenspunkte. Und am Ende gewinnen sie hier die Runde mit einem sehr guten Gameplay da auf der Heavy Lane auf Ensk. Die Auswertung zeigt uns auch hier ein Panzerass, eine Stahlwand. Und finde ich schon recht überraschend, von einem Tiger-P eine Stahlwand zu sehen. Vor allen Dingen gegen 9er. 3354 Schadenspunkte, damit Platz 1 vom Schaden her. Dafür, dass das eine Low-Tier-Runde war, ist das sehr überraschend. Der PTA mit 1300 ist hier nicht gerade der überragendste. Der Standard B mit 440 Damage. War das die Artie, die hier noch die dritte? Ne, Tiger-P ist glaube ich die 8er Artie. Ach hier, der Kampfpanzer war der. Also sagen wir mal, fassen wir es mal so zusammen. Die 9er hier aus seiner Runde haben sich nicht mit Schadensruhm bekleckert. Jedenfalls in seinem Team. Der Chisora aus dem Gegner-Team hat auf jeden Fall seine Aufgabe hier erfüllt. 2240 gebaut, 234 Support. Es war an den richtigen, wichtigen Stellen APCR unterwegs. 50.000 Munitionskosten, dementsprechend mit Premium-Account insgesamt knapp über 7.100 Credits. Miesiger macht. Das kann man aber verkraften, wenn man dann so ein schönes Panzer als hier bekommt. Und insgesamt 2345 Erfahrungspunkte. Zwei sehr schöne Runden heute von deutschen Fahrzeugen. Der Borsig schon ein richtiger Klassiker, würde ich sagen. Der Tiger-P fliegt so immer schon unterm Radar, weil er nie vom Balancing an die Leistungsfähigkeit vom Tiger 1 rankommt. Jedenfalls meiner Meinung nach. Er ist halt auch langsamer. Er bringt halt mehr Panzerung mit. Aber wir wissen ja, dass Panzerung nicht die Wertigkeit hat, einfach wie Kanonenwerte. Und da ist der Tiger 1 und einfach mal ein Ticken besser meiner Meinung nach. Aber lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht. Interessiert mich sehr. Mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namenlich genannt. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Euer Oher